Berg, Fahrzeug, Bär, Kartoffel, ist gut. Ich streiß dir alles mal durch und aus dem Kopf. Es ist schwierig, vergiss alles, alle Erwartungen, alle Emotionen. Ich mach mal kurz eine kleine Instantly. Okay, gib nur mal. Okay. Nur mal zweimal sechs Ziffern. Also, geht los. 762045, neue Zeile, 623465. Okay, dann teilen wir ein. 1A1 runter, Ecke rechts, Bogen runter. Grau, grau, braun, glatt, leicht, suppend. So gut, okay. Irgendwie sogar klebrig noch was. Okay. Wir haben einen B-Aspekt. Warte mal. Was noch? Cremefarben. Okay. B1. Das ist schwierig, da habe ich zwei Dinge. Das ist irgendwie Struktur und Berg. Okay. Struktur und Berg. Berg. Okay. Dann haben wir den zweiten Abschnitt. Okay. Dann haben wir den zweiten Abschnitt. Gut. Dann begib dich mal ins Zielgebiet. Schau nochmal. Blau, hell, grau, weiß, luftig, diffus. Okay. Trüb, milchig, A-O-L-Himmel. A-O-L-Himmel. A-O-L-Himmel, streich mal durch. Mach die kurz weg, schießt sie aus dem Kopf. Getrieben. A-I, getrieben. Getrieben, okay. Ich schreibe es mal unten zu A-I. Ja. Irgendwas Rotes war da noch. Rotes, Kleines. So, und jetzt mache ich mal B2. Was ist das für ein Archetyp? Irgendwie Bewegung. Bewegung, okay. So. Dann gehen wir zum dritten. Nächster Gäste. Bis hier A3. Runter. Okay. Enger Bogen. Bogen. Spitze. Rauf. Rötlich. Holzig. Holzig. Rau. Sonst auch Oberflächen? Fühlen die sich an? Pieksend. Stachel legt, weiß ich nicht. Schauen wir auch mal auf. Vieles. Kleines. Irgendwie insgesamt flach. Flach, okay. Ist komisch. Ist so steil, aber ich mache jetzt mal B3 Ebene. Steil schreibe ich noch dazu, obwohl es eigentlich flach ist. Schreibt mal hin, kann doch beides sein. So, dann machen wir hier mal den vierten. A4 geht erstmal steil rauf und dann harte Spitze. Okay. Dann links steil runter und dann schwunghaft rechts weiß wieder. Grau oder sogar silbrig. Grau und silbrig schreibt man auch. Irgendwie ergonomisch ist das Ding künstlich stehend. Das haben mehrdimensionale Eindrücke. Eine Weite, die ist aber nicht da, sondern ringsrum, umfangreich, irgendwie, hoch, dünn, gerade, sanfte Biegung, irgendwie sowas. A, I, Design. Design, okay. So, und dann machen wir B4. Das ist Struktur. So, der letzte Teil ist 5. Haben wir noch ein bisschen Platz. Muss ich ein bisschen gucken. A5. Gerade nach rechts. Gerade nach rechts. Okay. Aber gib die nur mal ans Target und schau nochmal nach Eindrücken. Rotbraun. Rotbraun. Okay. Blau auch, aber irgendwie entfernt. Blau entfernt. Schreib mal hin. Entfernung. Glatt. Der Teil ist relativ öde. Fühlt sich an. Verschoben. Irgendwas ist verschoben. Oder gedrückt. Gedrückt. Okay. Okay. Mach ich nochmal. Wie fühlst du dich da? Wie findest du das? Interessant schonmal. Interessant. Okay. Seite 2. Stufe 2. Wir fangen mal an mit Farben. 2. Mit Blick auf das Ziel. Welche Farben hast du. Komisch. Jetzt habe ich Oliv. Das hatte ich vorher gar nicht. Okay. Sonst ist da noch irgendwie Grau, Blau, Weiß, solche Sachen. Vielleicht ist rot auch oder rödlich, braun irgendwie. Ist alles da. Sogar dunkel. Dunkel bis schwarz. Oberflächen. Okay. Oberflächen. Fühlt sich an. Ich krieg jetzt immer noch grün dazu. Also muss ich nur hinschreiben. Oberflächen. Rau. Weich. Okay. Dann aber auch was Glattes. Und das ist echt hart. Das ist hart das Glatte? Das ist auch spitz. Spitz. Stechend irgendwie sogar. Stechend. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Geh mal zu Gerüche. Warte mal. Da ist noch irgendwas. Ja. Klobiges. Klobiges. Achso das sind die Dimensionen. Wollte ich jetzt schon schreiben. Kannste auch Krattorien. Nee ist okay. Gerüche. Mit Blick auf das Ziel. Welche Gerüche kannst du da vornehmen? Im Tagebereich. Weiß nicht. Staubig. Wie viel. Geschmäcker. Was künstliches. Ich weiß nicht was es ist. Künstlich. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter zu Temperaturen. Mit Blick auf das Ziel. Welche Temperaturen hast du da? Vorher. Finde ich mal rein. Boah. Was Kühles. Kühlen. Okay. Oberfläche. Sonst. Umgebungstemperatur auch? Warmer Boden. Warmer Boden. Okay. Warmer Boden. Boah. Mehr weiß ich dann nicht. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter zu Geräuschen. Geräuschen. Trägst du deinen Blick nochmal aufs Ziel und schau nochmal nach Geräuschen. Wie so rhythmisches Drehen oder Rauschen. Okay. Hast du noch was? So wie bewegte Luft. Dann mal. Wie bewegte Luft. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter zu Dimensionen. Du beschreib mal alle Dimensionen. Ich habe Partner AOL. Was hast du? Leider sagen. Es ist ein. Wie heißen die Dinger? Windkraftwerk. Okay. Mal jetzt mal kurz auf als Skizze nochmal. Dann hast du es ja angeschaut als Bild im Kopf gehabt und das den Ausdruck noch nicht gehabt. So. Okay. Streichs mal durch. Schießt sie aus dem Kopf. Dann fülle ich nochmal rein. Schau nochmal nach dimensionalen Eindrücken. Eindrücken. Also ich komme mir irgendwie wie außen vor. Das ist gut. Und irgendwas hohes. Ich habe das Gefühl irgendwas hohes stehen. Das habe ich das Gefühl. Okay. Das hat natürlich jetzt mit dem AOL zu tun. Aber es ist halt als Eindruck so. Und sonst habe ich noch Fläche. Die Fläche ist aber unebene. Unlebende Fläche. Unlebende Fläche. Eben. Irgendwie chaotisch. Und in der Mitte oder zentral irgendwie ist es sortiert oder konstruiert. oder irgendwie gestaltet. Okay. Ähm. Sauberer auch. Sauberer. Also von der Aufteilung her. Schauen wir auf. Ergonomisch auch wieder als Eindruck. Ergonomisch. Achso. Sauberer von der Aufteilung. Schreibt mir noch drunter. Da hast du eine saubere hingeschrieben. Aufteilung. Und es gibt gerade Kanten. Gerade Kanten. Okay. Aber auch mindestens, mindestens eine lange Biegung oder so was. Lange Biegung. Die Biegung, die ist ganz seicht. Wie von der Form von Form gespült. So habe ich den Eindruck. Hast du den so geschrieben? Mit so viel Freiraum. Viel Freiraum. Viel Freiraum. Ähm. Ähm. Irgendwie wird dieses mit dem Zentral, das ist irgendwie mittig, mittig verbunden, verknüpft. Ich schreib mal verbunden. Ja. Okay. Rundung. Oder Ovale. Schreib mal das auf. Schreib mal das auf. Ja. Okay. Okay. Hast du noch ein AI, was du drunter schreiben magst? Wie fühlst du dich da jetzt? Wie findest du das insgesamt? Irgendwie wie eine stetige Bewegung. Ja. Ähm. Ich fühl mich da irgendwie klein. Ich weiß. Ja. Mehr, mehr. Ähm. Oberflächen. Oberflächen ist noch irgendwie schmutziger Boden. Schmutziger Boden. Okay. Hast du noch dimensionale Andrücke, die du noch irgendwie schnell anders betiteln kannst oder dir näher angucken kannst? Kannst du noch mal eben durchgehen? Guck dir noch mal. Guck dir noch mal. Wie noch sowas. Äh. Es ist dann, äh. Ja. Wie, wie Gehäuseform. Gehäuse. Also in Klammern. Ähm. Ja. Schau dir mal bitte die dimensionalen Eindrücke. Geh die noch mal durch eben. Ähm. Ähm. Außen. Hohes stehendes. Fläche. Uneben chaotisch. Zentral sortiert. Konstruiert. Gestaltet. Sauberer. Ergonomisch. Gerade Kampen. Mindestens eine lange Biegung. Seicht. Auf. Ähm. Viel Freiraum. Mittig. Verbunden. Ovale. Gehäuse. Kastik. Mhm. Gut. Dann nehmen wir das nächste Blatt. Dann haben wir Seite 3. Stufe 3. Mhm. Kannst du den Rahmen machen, wenn du magst. Ansonsten spizier mal Aspekte auf. Also jetzt hatte ich eben so'n Ding. Mhm. Wie so'n Kasten, der irgendwie so an was dran ist. Mhm. Was dran ist, ist es irgendwie komplizierter, höher, länglicher, länglich, kastig. Ähm. Ich hab grundsätzlich ne große Ebene und die ist irgendwie rau. Mhm. Raus. Raue Ebene. Ähm. Ich will mal gern irgend so'n was hohes, langes machen. Mal doch. Hohes, langes. Mal. Und ein breiter. Mhm. Ja, jetzt hab ich natürlich einen AOL-Baum gemacht. Schreib ich mir raus. Ja, schreib's mir raus. Den hab ich jetzt aber nicht gesehen oder so. Naja. Die Zeichnung suggeriert mich halt dazu. Naja, ist klar. Ähm. Also hier ist irgendwie ringsrum, äh, ringsrum, wenig los. Wenig los, okay. Kannst du da noch irgendwo Farbe eintragen? Ähm. 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 Farben, das ist irgendwie hell hier. Ähm. Helps, weiß oder sogar grau, silbrig so in diesem Farbbereich. Ähm. Ähm. Hier ist irgendwie, ähm, ja, matschig-braun. Mhm. Ähm. Ähm. Ich hab immer sowas AI von schlechtem Wetter. Jetzt plötzlich hatte ich vorhin nichts. Schreib's mal auf. Oh, wie schlechtes Wetter. Und ähm. Ja, ich bekomm dieses Scheiß vom Anfang jetzt immer wieder, diese, diese, so wie so lange Rotorblätter oder sowas, weißt du? Mhm. So. Von wo betrachtest du aus das, was du damals setzt? Ähm. Ja, von hier vorne oder unten. Bisschen entfernt. Ich hab das Gefühl von großer Entfernung. Mhm. Schreib's mal dran, große Entfernung. Entfernung. Ähm. Unten ist irgendwas Klotziges nochmal. Ich weiß nicht, ob das dies hier war. Mhm. Oder ob das was Eigenes ist. Mhm. Auf jeden Fall künstlich. Künstlich, okay. Ja. Technisch irgendwie. Kommt mir das vor. Technisch, okay. Ähm. Kalt. Mhm. Kalt. Kalt. Ja, sie kommen mit diesen Stufe 3 Zeichnungen nicht so richtig weit. Ne, ist ja, ist ja auch gar kein Ding, sie ist ja nur Stufe 3. Ja. Okay, pass mal auf. Ähm. Was meinst du, was ist für dich der wichtigste Aspekt? Also du hast gesagt, das kann da dran sein. Wollen wir das mittlere nehmen? Wollen wir das mal genauer angucken? Also mir kommt diese hohe, lange Geschichte irgendwie. Diese künstliche. Okay, dann mach da mal bitte einen X-Aspekt drauf. Dominantesten vor. Ja, kam mir auch davor. Komm, mach mal einen X-Aspekt drauf. Ich mach da mal ein X. Dann nehmen wir das nächste Blatt. Seite 4, Stufe 1 X. Stufe 1 X. Ich geb dir nochmal die Targetnummer. Ja. Und, ähm, schreib es bitte hin, das Wesentliche des Targets sollte wahrnehmbar sein. Das Wesentliche des Targets sollte wahrnehmbar sein. So, die Targetnummer kommt. 7, 6, 2, 0, 4, 5. Neuzeile 6, 2, 3, 4, 6, 5. Gut, und dann fühl dich nochmal rein. Und fang nochmal mit Oberflächen an. Soll ich die aufschreiben einfach? Ja, schreib es mal auf. Du kannst auch aufmalen, wenn du willst. Also mach, wie du meinst. Fühl dich frei. Aber du willst ja noch das Protokoll. Dann fang mit Oberflächen an. Ja, weil das dann eigentlich Stufe 2 ist. Aber, okay. Ähm. Rau und glatt. Ja. Mhm. Äh. Komm mir immer noch kühl vor. Mhm. Kühl, okay. Guckst du Material sagen? Ähm. Wie mit... Das kommt mir so mit meinen Farben. Farben. Farben? Weiß. Krieg ich immer noch. Mhm. Hellbraun. Mhm. Hellblau. Hellblau. Jetzt hatte ich eben ein bisschen Orange. Mhm. Orange. Jetzt kommt es mir nicht so, nicht mehr so, nicht mehr so statisch vor wie vorher, sondern irgendwie natürlicher. Obwohl es trotzdem irgendwie, ich komme von diesen technischen Gedanken nicht weg. Aber es kommt mir insgesamt trotzdem natürlicher vor. Ich weiß nicht. Schreib das mal so auf. Kannst du als AI aufschreiben oder kannst du... Genau, das schreibe ich zu AI. Schreib das mal auf. Komm mir natürlicher vor. Ja. Gesamt noch gestaltet, aber natürlicher Gefühl. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, schau mal weiter. Du hast es jetzt aufgeschrieben. Du hast Oberflächen und Farben. Oberflächen habe ich rau und glatt und kühl. Dann geh doch mal noch ein paar andere Aspekte durch. Wenn du willst nochmal Geschmäcker und Gerüche. Geschmäcker. Ansonsten kannst du nochmal Temperaturen durchgehen und so weiter. Aber das ist eben ab. Ja, Geschmäcker hatte ich jetzt Asche. Asche, okay. Gerüche. Ähm. 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 Aceton. Oder Dinolium. Okay. Ja. Schauen wir mal sonst nach Temperaturen. 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 Ne, erst mit Geräusche nochmal. Klick aufs Ziel. Kriege ich wieder dieses Wusch. Boah. Das ist echt ein hartnäckiges AOL. Ähm. Temperaturen. Dimensionen. Und. Stehend. Lang. Dick. Lang. Dick. Höfliche. Metallisch. Komisch. Was hast du gesagt? Komisch. Ähm. Dimensionen. Mit Blick auf das Ziel. Welche Dimensionen kannst du da übernehmen? Windig. Bewegt. Ich komm davon nicht weg. Kann ja verfestigt sein, ne. Hm? Das kann ja verfestigter Eindruck sein. Okay, erstmal jetzt. Okay. Wolltest du nochmal ein AI drunter schreiben? Ähm. Ja. Okay, dann nimm mal das nächste Blatt. Nächste Seite. Stufe 4. Ja. S, D, A, I, E, T, I, T, A und S. Okay. Schau dir mal jetzt nur die wichtigen Aspekte an. Blatt. Dimension. Groß. Hoch. Rund und eckig ist. Okay. A, I. Äh. Wie fühlst du dich da? Wie findest du das? Kleiner als das. E, I. Was für Emotionen haben andere da? Äh. Weiß nicht. Würde. Kommt mir nicht viel vor. Mhm. Ah, da hab ich Kopfschmerzen gekriegt an der Stelle. Kopfschmerzen. Schreib mich da hinten. Schreib mal. Kopfschmerzen. Ähm. Hinten. Fühl dich da nochmal rein in das E, genau. Diesen Kopfschmerz. Kannst du das vielleicht irgendwie aufschlüsseln? Fühlt sich das an, wenn du da tiefer reinfühlst? Ja, ein Druck von hinten, ne? Druck von hinten, okay. Druck von hinten. Okay, dann kurz mal weiter schauen. Tee. Metall. Stein. Irgendwie sowas wie eine Luke oder so, hab ich das Gefühl. Okay. Ähm. Dimensionen innen gibt's auch. Mhm. Und oben. Oben, okay. Was für eine Funktion hat und wofür ist das gut? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aussicht. Aussicht. Ähm. Mhm. Aufstieg. Mhm. Bewegung. Energie. Bewegung. Energie. Wie? Ich schreib's das nochmal hin. AOLS. Wie Windrad. Mhm. Wie kommst du zu einem Windrad? Diese ganzen Eindrücke für mich dahin, dieses... Ich hab das Gefühl, ich hab's mit irgendeiner technischen Konstruktion zu tun, die in freier Umgebung steht, die relativ groß ist, relativ gerade, rund im Außenformat... Ja. Schreib das mal bitte alles auf. Unter AOLS. Da kannst du mir wieder ein Stück nach oben holen, bis du das hinkriegst. Das sind ja alles Dimensionen. Ja, das schreib's da hin. Na, du hast gesagt, wie... Wie... Ja, okay. Wie Windrad. Also, hohe, runde, technische Konstruktion in freier Umgebung. Mhm. Ähm... Innen viel hohl. Oh. Ähm... Menschen können... Menschen... Menschen kontrollieren. Können rein. Können rein, okay. Ja. Und äh... Bewegliche Teile... Bewegliche Teile... Mhm. Insgesamt aber statisch. Insgesamt... Statisch. So, diese Eindrücke hab ich und die füllen mich halt immer wieder zu diesem Windrad jetzt auch. Ja. Streichen wir unten nochmal ein fettes AOL-Windrad an. Ja, hier das, ne? Ja, hier. Einfach bei AOL hier. Du hast ja AOL. Schreib's da einfach mal hin, das Windrad. Windrad... Ja. Okay. Komm ich nicht von weg. Was soll ich machen? Hm... Also, ich hätte verschiedene Möglichkeiten. Hm? Wir könnten nochmal rauszoomen. Oder wir könnten mal reinzoomen und uns das von innen angucken. Wollen wir mal, ähm, ein Diagramm machen? Ja, okay. Okay, dann nochmal Stufe 6. Guck dir ruhig selber nochmal das Blatt an, guck dir nochmal deine Aspekte eben an. Hm. In der Stufe davor. Hast du was, was du dir angucken willst? Also, ich würde sagen, innen, außen oder sowas können wir uns angucken. Oben, unten oder sowas. Was hat's dir beides auch gemacht? Also, ich habe bis jetzt die ganze Zeit ja von außen betrachtet für mich die Situation, ne? Und, äh, da habe ich nicht, da kriege ich nicht viel mehr Eindrücke als die, die ich jetzt schon habe. Das würde nie wiederholung werden. Also würde ich rein rational, äh, jetzt nach innen schauen. Ja. Okay. Gut. Dann, begib dich mal nach innen. Okay. Schreib mal das innen einmal auf. Warte. Innen. Unterstreichs dreimal. Ich mache einen Kasten drum. Okay, mach einen Kasten drum. So, dann mach mal einen Strich nach unten. Mach mal einen neuen Kasten. Mhm. Ähm, ich frag mal, was für ein innen? Was für ein innen? Was für ein innen? Was für ein innen? Ja, ja. Äh, ein hohes, dunkles innen. Okay, hohes, dunkles. Kannst du das? Relativ, relativ, relativ leer. Relativ, ja. Was heißt relativ? Da sind schon Sachen drin, äh, es ist nicht komplett leer. Aber es ist, das meiste Volumen ist, äh, Luft, oder Leerraum. Okay, mach mal mit den Strich nach rechts. Mach mal einen neuen Kasten. Und schreib mal auf. Und schreib mal auf. Was ist der Nutzen von dem innen? Was ist der Nutzen von dem innen? Fragezeichen? Ähm. Ähm. Reingehen. Ähm. Ähm. Aufsteigen. Ähm. Ähm. Anschalten. Ähm. Ähm. Ab. Hab ich da nicht. Mach mal von da aus. Ähm. Mach mal von da aus. Machen wir mal einen Strich nach rechts. Machen wir mal einen neuen Kasten. Ähm. Schreib mal, das, äh, frag mal das Ergebnis vom Nutzen. Das Ergebnis vom Sen... Ah. Form... 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 Formlos, ne? Äh. 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 Form... Formlos. Äh. 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 Materie. Mhm. Frei. Materie. Materie. Frei. Ja. Ähm. Wie würdest du das beschreiben? Die ist materiell frei. Wie sieht das an? Fließend. Mhm. AOL-Strom. 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 Streißt du aus dem Kopf? Gehe ich noch kurz weg. Zentriere dich noch mal eben kurz. Dabei euch. Okay. Sag mir noch mal, was du im ersten großen Kasten unten hat. Das ganz links. Ähm. Nochmal die Frage. Im ersten Kasten ganz links. Was für innen? Ein hohes, dunkles, relativ leeres innen. Mhm. Du hast gesagt relativ leeres innen. Mhm. Kannst du mal gucken, ähm. Wie können wir das formulieren? Mhm. Was ist an dem innen nicht leer? Kannst du einen Strich nach unten jetzt machen? Ja. Ich schreib, was ist da noch? Oder was ist da noch? Was ist da noch? Stufen. Mhm. Ähm. So was wie Schalter. Mhm. Wie Schalter. Wie Schalter. Ähm. Oder wie die Kette oder so. Jetzt im Prinzip. Mhm. Ähm. Ähm. Irgendwie nach oben und nach rechts gehend. Mhm. Okay. Mhm. 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 Also das ist jetzt dimensional beschrieben oder war das eine Bewegung, die du beschrieben hast? Nach oben und nach rechts gehend? Ähm. Es ist für mich nur erstmal eine Richtung einfach. Mhm. Okay. Also ich bin in diesem für mich relativ dunklen Raum in. Mhm. Habe das Gefühl, dass da eben irgendwas Konstruiertes, Technisches oder Mechanisches vor sich geht in diesem relativ leeren Raum, was irgendwie in Richtung oben weiter geht und irgendwie ist rechts mehr als im linken Bereich. Mhm. Klar kann ich das nicht ausmachen. Okay. Dann. Dann. Frag mal. Bitte. Ähm. Genau Funktion. Der Vorrichtung oder wie du das nennen würdest. Der Vorrichtung. Jetzt habe ich plötzlich schneiden. Mhm. Und ähm. Falten. Solche Sachen. Aber nicht wie Papier, sondern eher so metallisch. Aber genaue Funktionen, sowas kann ich dir nicht beantworten. Genau. Okay. Wollen wir mal kurz eine Timeline darunter machen? Oder. Also entweder würde ich sagen, wir machen mal eine Timeline oder du zeichnest noch mal kurz ein paar Aspekte, wo du ja schon bei bist. Kannst du es vielleicht auch noch dimensional mal von Ihnen beschreiben, wie du es wahrnimmst? Also den Raum. So. Das geht irgendwie fast nach oben. Und hier rechts ist irgendwas. So Stufen. Irgendwas an der Wand. So. So. Ich weiß nicht so wie das ist. Das ist nach Eingangssituation. Irgendwas drauf gezogen oder drauf geleitet. Und hier ist eine Art Steuerung. Und irgendwie geht es hier hinten auch, habe ich das Gefühl, wenn man da selber rauf kann. Hier nicht, aber da. Hier kann. Ich komme da irgendwie nicht mit klar. Wie fühlst du dich denn da? Ist das für dich nervig oder was? Ja, es fehlt irgendwie die Anleitung oder fehlt der Anleiter. Okay, der Anleiter. Für mich. Ich vermische da auch, glaube ich. Wie fühlst du dich denn da so? Was hast du da für Emotionen? Bestimmte Stimmung irgendwie? Nicht so angenehm. Bisschen düster. Düster, okay. Da habe ich noch ein AOL, irgendwelche Displays. Anzeigen. Anzeigen, okay. Joa. Ich glaube, ich bin da jetzt schon ganz schön raus. Der Prozess ist zu langsam. Nö, du bist da schon voll drin. Ja, aber ich mache ja die ganze Zeit nichts. Ich pausiere ja viel. Okay, dann nehmen wir noch mal ein neues Blatt. Was ist da da gezeichnet? Ich weiß nicht. Ich hatte vorhin irgendwelche so kegelförmige Dinger, die so aneinander stehen. Im Inneren war das oder im Äußeren? Ich weiß nicht. Die habe ich einfach so für sich so kurz gesehen. Jetzt male ich die auf irgendeine Art Podest drauf oder sowas. Das wird ganz lustig. Lustig, schau mal dran. Lustige Kegel-Technik. Ja, was sollte ich machen? Du hast da, guck nochmal bitte in die Stufe davor. Da habe ich nicht so viel. Da guck mal bei AOLS bitte. Ja, da habe ich bei dem Windrad, hohe runde technische Konstruktion, freie Umgebung, innen viel hohl, Menschen kontrolliert, können kontrollieren oder so. Bewegliche Teile, insgesamt statisch. Was ist denn da sonst noch bei... Ich habe jetzt noch eine andere Form. Ich habe immer wieder geblieben. Ich habe immer wieder geblieben. Ist das klein oder groß oder was? Es ist groß. Verhältnis zu dem Leben. Das ist irgendwie technisch. Auch wenn das jetzt wie so ein Fisch oder wie ein Vogel aussieht, das ist irgendwie technisch. Wie fühlt sich das denn an? Design, ergonomisch. Hülle. Das ist eine Hülle von irgendwas. Konntest du da in die Hülle mal reingucken? Was ist das in der Hülle? Fühlt sich das da drüben an? Ja, das ist innen drin ungefähr genauso wie das, was ich vorher von innen gemalt habe, nur auf die Seite gelegt, nicht mehr nach oben gerichtet. Es ist wie um 90 Grad gedreht innen drin. Und enger, kompakter, voller. Schreibst du mal dran. Schreibst du mal dran. Innen, enger, kompakter, voller, immer noch dunkel. Stinkt. Stinkt, okay. Irgendwie schwitzig. Schwitzig, hm? Ja, beengt habe ich schon. Okay. So kannst du dir die Dinge, die du gezeichnet hast, nochmal anschauen eben. Mhm. Und ob du da noch irgendwo was genauer dir anschauen willst oder ob du da noch bestimmte Sachen irgendwo genauer auch mal dir zugemittelt ziehen willst. Ist da irgendwas sehr interessantes für dich bei? Mhm. Also für mich sind diese Spirale sehr interessant. Du hast gesagt, da geht irgendwas hoch oder was? Die ist ja, was nach oben geht. Ja, das ist das, was ich am klarsten als Eindruck. Das war eine Bewegung oder? Ich weiß nicht, ob das eine Bewegung ist oder nur eine Richtung oder eine Konstruktion. Ich habe das Gefühl, dass der Raum eben hier, also diese Zeichnung ist nur so ein Ausschnitt von dem Raum. Ich hatte eben das Gefühl, dass es für einen sehr viel längeren Raum ein Ausschnitt ist. Schreibst, kannst du nochmal, ja, oder gut, zeichne nochmal neu, wie du magst. Ich setze mir jetzt diesen Raum, diesen länglichen. Mhm. So. Und wie gesagt, das hatte ich eben gedreht und jetzt mache ich es wieder so. Aber ich habe irgendwie hier in dem Teil mehr Gewicht. Mehr Gewicht, okay. Mehr Masse. Und deswegen habe ich es vielleicht eben auch so auf die Seite gedreht. Ist das jetzt eine Draufsicht oder befindest du dich jetzt so in dem Raum und guckst da rein? Ich habe das jetzt so im Querschnitt gezeichnet, ja, und ich habe da noch nicht rein gezeichnet. Ja, irgendwie kriege ich irgendwie wieder so Stufen hin und es geht irgendwie so, jetzt ist es andersrum, so nach da geht. Mhm. Aber das kann ich irgendwie nicht zeichnen, das geht irgendwie so innen drin, wie so turmartig rauf. Mhm. Schreibst, was mir dran geht, wie turmartig rauf. Wie in so einem Turm, wo das so innen drin, die Stufen so spiralförmig nach oben gehen. Wo führt denn das hin? Ähm, ich mache hier mal ein X und dann mache ich dieses X hier nochmal. Das ist da oben, äh, oben, Doppelpunkt, äh, sehr dicht, eng. Ich glaube, das oben ist das, was ich je gezeichnet habe. Dieses dichte, enge, kompakte, das ist, äh, da kriege ich jetzt eine AOL. Das ist wie eine Kapsel so, von der, von der Art, so vollgepackt mit, mit Gedöns, äh. Mit Gedöns? Mit Gedöns, technisch. Aber irgendwie ist es nicht nur rein technisch, das wirkt irgendwie nicht, es wirkt wie, wie schöne Technik oder sowas. Wirkt, wie schön technisch, äh, von jemand mit Naturverstand gemacht. Verstand. Erdacht. Und ich glaube, dieses Ding, das hat sowas, das ist kleiner, das ist da drin, also hier. Schreib es mal, schreib es mal dran, das ist da drin. Das ist klein und in dem oberen Teil. Ja, total konfus hier mein Protokoll. Ist doch egal, mach dir keinen Kopf darum. Äh, ich würde das Ding hier gerne nochmal zeigen. Ja gut, dann machen wir mal. Schreib nochmal um die Seitenzahl hin. Dann mach ich Stufe 6. Dann mach ich hier Y. Mhm. Schreib nochmal, ich geb dir nochmal, äh, ein Befehl bitte. Und dann, äh, machst du nochmal nach Befehl ein Ideogramm, kein kleines. Mhm. Okay. Okay. Ich will jetzt nur dieses Ding beschreiben. So? Ja. Beschreibe... ...den Gegenstand. Mhm. Ja, was machst du? Ja, was machst du? Äh, komisch. Alt. Alt. Ja. Ich hab' ich jetzt gar nicht erwartet. Hab' ich jetzt gar nicht erwartet. Schreib mal dran. Ähm. Ja. Ich hab' ich nicht erwartet. Ähm. Ja. Ja. Intelligent. Ähm. Ich versuch das nochmal zu zeichnen. Hast du da, äh, irgendwas, Bewegung, Energie oder Leben oder sowas? Es hat irgendwie so ein Leit... Leitungen auf Oberfläche. Mhm. Sehr fein und glatt. Mhm. Und dann hat es so... so... wie Armatur... ähm... Das Ganze ist, das Ganze ist wie eine Armatur? Das Ganze ist wie eine Konsole. Mhm. Wie eine Konsole, klar. Wie Konsole. Und... ähm... Schwarz hab' ich hingeschrieben von den Farben. Ähm... glatt... äh... auch spiegelnd... ähm... schwer... Guck dir das ganze Ding mal sehr umfassend an. Kannst du was zu der Funktion sagen? Funktion... Kontrolle... Ähm... Was hast du denn geschrieben? Kontrolle, Vernetzung von verschiedenen Systemen. Ähm... Ja, das führt mich wieder zu dieser Konsolen-AO. Ähm... 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 Das ist wie so eine Art... Wie... Das ist ja nur ein kleineres von dem ganzen Tag. So für mich... Wie... Wie kommst du auf die Konsole? Ähm... Von dem optischen her? Oder von einem Zweck? Sinn und Zweck der Konsole? Oder... Es hat irgendwie so eine Art... So eine Bauform... Von der Größe wie... Ähm... Es ist irgendwie steht, aber nur so... Halb hoch. So wie... Ähm... Klavier oder sowas. Ähm... Und es hat eben vorne so... Vorne... Flachte... Äh... Äh... Ja, ich nenne es jetzt einfach Bedienfelder. Mhm. Okay. Und... Und obendrauf... Wie... Kennst du diese alten Radios, wo so Röhren und sowas immer so obendrauf steckten? Ja, klar. Röhrenradios. So ähnliche Geschichten irgendwie. Nur ganz anders in der Form. Mehr so... Mehr so kegelartig. Ja, aber ist das denn... Was ist das für ein Material? Oder was ist das... Ist da was drinnen oder was? Wenn du sagst so... Röhren... Sind die Rohlen? Die Dinger wirken ganz glatt. Mhm. Und dunkel. Fast schwarz. Aber ich bin schon glatt. Schwarz. Ähm... Die erinnern mich jetzt an Orgonit. Orgonit. Ja. Schwarz nein. Die Orgonit. Also nur diese Dinger da oben drauf. Weil innen drin ist irgendwie... Äh... Enggepackt irgendwas so. Enggepackt. Aber ich spiel mir da jetzt echt ein mittlerweile zu weg. Nein. Man macht doch mal weiter. Du bist noch voller im Empfangsmodus. Du wolltest zeichnen und so spinnig rum. Du weißt genau wie das ist. Wenn man denkt du bist auf Target, dann bist du on Target. Und jetzt guck mal da... Guck dir mal das Ding an da genau. Du hast ja gerade noch was zu gesagt. Fühl dich da nochmal rein. Guck mal noch Sinnzweck, ob du da irgendwie was mehr... Ja, Kontrolle, Vernetzung von verschiedenen Systemen. Ähm... Steuerung des Targets. Steuerung des Targets. Ja. Okay. Ist das jetzt in Funktion gerade? Keine Ahnung. Jetzt in dem Moment wo ich es mir angucke, ja. Aber was heißt Funktion, das macht nicht viel. Ähm... Das... Ja, das... Ja. Ist... Aber es ist statisch, hast du gesagt. Es bewegt sich nicht. Du meinst das ganze Target ist statisch, ja. In sich, das ganze Ding. Ne, ne, ne. Ja, ja, das ist klar. Aber das Ding, was du jetzt zeichnest, ist das auch statisch? Ähm... Es wirkt sehr solide auf jeden Fall. Solide. Also fest. Mhm, fest. Ach... Schwer, habe ich schon geschrieben. Mhm. Ähm... 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 Du hast gesagt eben, Auel-Orgonit. Hast du da irgendwo Energie oder sowas, oder kamst du da jetzt wegen der Form auf? Ja, einmal die Form, aber auch, weil das ganze Ding ja irgendwie... Ich habe hierhin geschrieben, dass es da vorne, da ab dieser Fläche sind irgendwie wie so Leitungen oder sowas. Mhm. Wenn da irgendwie Energie oder Informationen oder sowas, die verschaltet, verdrahtet, vernetzt sind. Also da fließt so ein Prozess. Ja, schau mal hin. So. Ich sehe den Prozess, Energien, Informationen, verdrahtet, vernetzt. Infos oder Energieverschaltung. Also du hast gesagt, das ist sehr alt eben, ne? Ja, als ich dieses Ideogramm auf das Ding gemacht habe, da hatte ich als ersten Eindruck komischerweise alt. Und das hat mich gewundert, weil mir das Ding eigentlich so technisch konstruiert vorkommt. Das kam mir dann später vor. Mach doch mal eine Timeline drauf. Mhm. Okay, dann mach ich jetzt noch eine Timeline, dann ist Schluss. Timeline... Zahl so ein, wie du willst. Ja. Setze drei Punkte. Okay. Ja, wo soll ich die hinsetzen? Ja, irgendwo erstmal heute. Dann mach irgendwas, was du magst. In Ordnung der Zukunft. Vom Target. Heute. Zukunft vom Target? Welche denn? Wann denn? Ja, also, dass das Target in der Zukunft ist? Ich soll jetzt sagen, dass das Target in der Zukunft ist? Nee, du sollst ja Punkte machen irgendwo. Ich versteh nicht genau, was du meinst. Ja, mach mal einfach... Ja, was schreibst du da dran? Jetzt hab ich ein Target... Jetzt hab ich dir Zukunft hingeschrieben. Ich glaub, da haben wir grad einen Fehler gemacht. Ja, ja, ja. Solltest du selber einen Punkt in der Zukunft aussuchen einfach, weißt du? Okay. Ja, gut, ich hab ja jetzt grad einen Punkt in der Zukunft. Kannst du den betiteln? Welcher... Welcher... Wie ist das? Nee, so geht das nicht. Man kann dann nicht... Ich weiß. Du sollst gleich aussuchen sollen. Aber ich kann jetzt... Soll ich dir jetzt sagen, was das ist? Ja, vergiss mal die Timeline. Ich hätte grad Jahr 3000 gesagt. Also ich hab's nicht gesagt, aber ich wollte es. Ist egal. Nicht so wichtig. Ja, egal. Na gut, komm, dann mach mal ein Ende. Ja, ich geh mal weg jetzt hier. Ende. Wolltest du noch mal ein Fazit machen? Erstmal Ende 1841. Möste ich mal. Komm, wieder über die Zauber. Wie die Umgebung war und so. Fax Session, ey. Nee, war ganz geil. Sieg rein rein. Glockenzeits. Vielen Dank.